Herzlich Willkommen Leute hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und heute ist es mal wieder der Crew 2 Das ist natürlich wieder nicht alleine, sondern hier wieder mit meinem Cousin, der King Herzlich Willkommen So, heute weiterer Roadtrip Leute, das letzte Mal sind wir von Las Vegas nach Seattle gefahren Und heute von Seattle nach San Francisco Und wir haben den zweiten Teil der Verkehrsregel Challenge jetzt mal vor uns Leute Und viel Spaß mit diesem Video, Alter hör auf man, mein Auto geht kaputt Wir fahren erstmal mit dem M2 und dann wechseln wir auf den Mustang und ich würde sagen Let's go, kein Unfall bauen und an Verkehrsregeln halten, let's go So, wir fahren, glaube ich, warte mal, wo ein bisschen wir lang, ich glaube wir müssen hier Junge, richtig fahren jetzt Warte mal, wir müssen jetzt mal schauen, wo wir dahin müssen, genau Ich glaube, hier müssen wir hin Hallo Verkehrsregeln, ne? Ja, ja, ich fahr richtig, du fährst komisch So Haben wir hier lang So Erstmal mit 100 kmh Jetzt etwas schneller werden Jetzt will ich hier auch noch auf der Spur bleiben Jetzt können wir was schneller werden Um die Ecke hier Ja, okay, du hast schon mal ein Crash gebaut, Alter Echt? Ja Ich fahr doch hier ganz oben auf die Schasse, guck Nein, nein, nicht normal Ich hab grad eine Laterne schon mitgenommen Echt? Das zählt jetzt nicht Ja, doch Nee Jetzt nur noch einspurig, aufpassen Ich muss mir noch ein bisschen beschleunigen, jetzt hier wieder bremsen Beschleunigen, ich glaube, es ist einfach die ganze Zeit im fünften Gang Unter Motorik fahr ich jetzt einfach Jetzt hier wieder was schneller So, ich fahr auch gerade 150, jetzt ist was schneller So Wir fahren hier auch schön an der Küste Erstmal hier der Hub mal da So Okay, die Ecke hier Perfekt Kann man hier auch was schneller werden Kommt doch gerade kein Auto So Was langsamer wieder werden Was schneller werden So, nee Ja, doch Ist richtig Ist richtig Alles gut So Hier entlang Ich werde kein einziges Auto Wenn ich mal so Ich spiele dieses Auto Nee, ist hier Corona-Virus Ja, ne Ja, stimmt Fährt gar keiner auf der Straße Mir wird jetzt ja voll fast, wenn wir Bock haben Ja Hm So Fünf der Gang Sechs der Gang Achtung, ich glaube, wir müssen jetzt rechts abbiegen Oder? Guck auf die Schilder, wo steht San Francisco Seattle Seattle Nord Okay, dann Ja, wir bleiben einfach auf dieser Strecke hier So Alter, hier kann man durchziehen Fünfter Gang Fünfter Gang So Jetzt überhole ich dich gleich Nein, darf ich ja nicht Ist ja durchgezogene Linie So Wir sind auch fast schon mit einem Roadtrip fertig, ne Wir sind fast einmal um die ganze Welt gefahren Gerne Nur noch paar Städte müssen wir noch abknappern, naja Wir sind noch New York, oder? Ne, New York waren wir Da haben wir gestartet in New York Okay Okay, jetzt gibt es hier ein bisschen Kurwegestrecke Ich habe kein Bock, das Auto zu wechseln Ich auch nicht, eigentlich gerade Wer fährt in Ego-Perspektive? Ne, gerade fahr ich nicht in der Ego Ich fahr gar nicht in der Ego Ich habe kein Problem So Geht es hier weiter Oh ja Wieder bremsen Zu stark gebremst Wieder ein Hintergang Oh, oh, oh So, auch hier Wieder aus langsamer Wieder ausgeschleunigen Bremsen Perfekt Warte Ich überhole dich noch Wenn möglich So, hier Höhenkurve Alter, ui Bist du knapp bei dir Bei mir aber auch So Und So Durchziehen Ich bin mit 260 hier Oh, 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 oh Ja gut, bei dir Das war erstmal wieder krank Ja, du bist dagegen Ich habe keine Katzei bekommen Ja, da nicht, da nicht Okay, gut, gut Oder? Ne, trotzdem war es auf der Falschen Fahrbahn Ach, komm, hier sind noch Leute Ich dachte, Alter, hier ist Corona, Leute Corona-Zeit Oh, Junge Ey, was machten die da Ja, guck mal, die geht einfach über die Straße Ja, also das geht gar nicht, Digga Ja, moin, die Das geht gar nicht, die dürfen gar nicht mehr gehen Ah, komm, wir fahren einfach, guck Geil Oder? So, ja, aber auch schön hier, Alter Durch so eine kleine City So eine Beach Ich habe mich einfach komplett Vollgas aufgedrückt Einfach Ja, da war eine Person, Alter Ich musste bremsen, Alter Echt, bei mir war Gott sei Dank keiner Ja, der ist gerade einfach rübergegangen Ich glaube, mit so einer Box oder so, Alter Oh, Junge Ey, die eine Person war nicht Oh, ja, hier ist echt Krass, aber auch hier wieder richtig schön Oh, wow, ich bin wieder bei dir, ne? Ja, ich fach hier schon mal langsamer Hier ist das Fußgänger und so Ah, ja Ich gehe in den dritten Gang Schön hier Ich fach mir gerade drei Oh, wir müssen gleich so einen kleinen Pistenweg nehmen Um da Auf die Autobahn drauf zu kommen Richtung San Francisco Musst du gleich mal gucken Sonst kommen wir da nicht hin So Gleich kommt die Musst du mal gucken Irgendwo links ist so eine kleine Offroad Weg Der auf die Autobahn führt So, gleich mal gucken So Cool Speed, Digga So Hier wieder Schneller werden Langsamer werden Die Markierung nicht mehr Ja, ja, weil hier Bis hierhin war die Markierung Warte mal Gleich müssen wir Wir müssen auf jeden Fall Irgendwie nach oben kommen Da steht fest Das heißt, würde Hier nach Links nach oben fahren, glaube ich Wir müssen hier nach oben, glaube ich Ja Komm hier Zu mir nach oben Warte mal kurz Ich glaube, ich möchte noch kurz Mal mehr fangen Ich stehe, ja Wir müssen da irgendwie Auf die Autobahn drauf Ich glaube, hier war einfach ein Weg Nee, nee Nur einen ganz kurzen Weg So Warte Wir müssen gleich da hoch Warte Gleich hier Links hoch Müssen wir Die Achtung Langsamer werden Oh Ich hab die Piste verpasst Upsi Einmal umdrehen Müssen wir Wow Der Weg ist hier ein bisschen Sieht man nicht so krass Hier müssen wir hin What? Hier können wir auch noch Folgisch gut Und So Wow So Wir müssen jetzt hier Noch über die Brücke Dann sind wir schon da Wo bist du denn? Zu dir Ja Jetzt können wir hier auch Richtig durchziehen Hier ist keiner Boah, hier ist wirklich gar keiner Auf der Strecke Oh, zwei Leute sind nicht Auf der Strecke Alter Bitte blockieren ja nicht den Weg Oder so Hehehe Das wär's Oder? Ja, Achtung Der ist auf der rechten Fahrbahn Und wieder langsamer werden So Und wir sind da Let's go, Digga Sieht doch schön aus Hier San Francisco ist glaube ich Mega geil Weil ich übelst gerne mal hin Oh, komm mal hier, Alter Komm, wir gehen mal zum Strand Komm mal hier zum Strand Tschüss Kann man parken Mach ich mal Guck dir das mal an, Digga Guck dir mal die Aussicht an Scheiße, Alter Ist ja mal mega heftig Wow, hier sind Oh Digga Du hast fast die Leute hier umgefahren Kann das sein, dass die Bremse nicht so gut ist bei diesem Auto Ansonsten, ja Leute, aber das war's von diesem Video Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Like da Leute Bis zum nächsten Video, haupt rein Ciao Tschüss 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 Tschüss